Schön zu sehen, wie Industrie auch laufen kann. Ich nehme mit Interesse hier diesen Betriebsbesuch wahr, um mal zu sehen, was ein erfolgreiches Unternehmen jetzt und in der Vergangenheit alles gebraucht hat, um erfolgreich zu sein und zu werden. Wir haben ein ausgeprägtes Lehrlingswesen, von dem dann viele in die Firma übernommen werden. Ein Vorstandsmitglied, der uns hier geführt hat, hat hier als Lehrling seiner Zeit angefangen. Es ist ganz wichtig, dass die Talente, die muss man erfinden und fördern.